Wir haben schon wieder Donnerstag und ihr wisst, was das bedeutet. Heute gibt es mal wieder meine Zweitliga-Prognose zum 23. Spieltag. Letzte Woche war mein erfolgreichstes Wochenende. 6 von 9, richtig ein Spiel komplett. Das war HSV gegen Darmstadt. Ich muss hier noch einmal rüber luschern. Da kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen. Also finde ich zumindest. Alle Spiele richtig zu tippen, das ist nochmal so ein Ziel von mir. Aber reicht dann auch. Eigenlob stinkt. Ihr wisst es, wir gehen jetzt in die Freitagabendspiele. Haut wie immer gerne eure Tipps und Einschätzungen zu den jeweiligen Spielen in die Kommentare. Finde ich immer sehr, sehr interessant, was ihr da so zu sagen habt. Und wir starten, beginnen mit Paderborn gegen St. Pauli. Paderborn zuletzt 1 zu 1 in Kiel gespielt. Pauli 1 zu 0 gewonnen gegen uns. Muss man hier aber sagen, vielleicht ein bisschen glücklich, wenn ich mir die Chancen so anschaue, jetzt mit 5 Siegen in Folge im Gepäck, haben sie ja wirklich breites Selbstvertrauen. Aber die Paderborner sind genauso formstark. Und zu Hause ist Paderborn dann doch immer nochmal ein bisschen besser unterwegs. Deshalb mein Tipp, 2 zu 1 Sieg für den SC Paderborn. Auf die Partie freue ich mich persönlich sehr. Magdeburg gegen Kaiserslautern, das Aussteiger-Duell. Die einen ganz oben in der Tabelle, die anderen kommen so langsam da unten raus. Und haben mich sehr überzeugt beim Spiel in Hannover. Alleine was die Fans abgerissen haben und dann auch noch das Ergebnis. Besser geht es nicht. So soll eine Auswärtsfahrt dann natürlich sein. Kaiserslautern kann den Sack zumachen. Die 40-Punkte-Marke überschreiten. Und das ist ja das Ziel, was man sich eigentlich als Aussteiger immer setzt. Der Klassenheit ist sowieso schon in trockenen Tüchern. Und jetzt wollen sie es halt nochmal hier am Freitagabend einfach so klar machen. Schon am 23. Spieltag klappt das Ganze. Ich bin mir da nicht so sicher. Weil Magdeburg so langsam aufgewacht ist, tendiere ich hier auf ein Unentschieden. Unentschieden 1 zu 1 mit vielleicht ein bisschen mehr Spielanteilen Kaiserslautern. Also es würde mich nicht wundern, wenn Kaiserslautern gewinnt. Trotzdem glaube ich irgendwie, dass Magdeburg dagegen hält und sag einfach mal 1 zu 1. Der Hamburger SV muss ran gegen den Klub aus Nürnberg. Letzte Woche haben sie sich ja ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen gegen Darmstadt. 1 zu 1 geführt. Dann ist es noch am Ende ein Unentschieden geworden. Gut, kann man sich denke ich trotzdem nicht beschweren. Und Nürnberg hat tatsächlich mit neuem Trainer Dieter Ecking, der ja jetzt das Ruder in die Hand nimmt, selbst in die Hand nimmt, ganz gut gemeistert die Aufgabe gewonnen. Und jetzt wird es natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Vor allem zu Hause in Hamburg sehe ich da relativ wenig Chancen. Bin ich ehrlich, 3 zu 1 für den HSV kann auch ein bisschen knapper werden. Die nächste Partie lautet Sandhausen gegen Kiel. Neuer Trainer bei Sandhausen hat letzte Woche noch nicht so den positiven Effekt gebracht. Gegen Nürnberg verloren, habe ich ja schon gesagt. Und die Kieler ein solides, stabiles 1 zu 1 geholt gegen Paderborn. Das ist ordentlich. Sandhausen, alles bisher verloren, noch kein Sieg in der Rückrunde. Und das sollte auch so bleiben. Wenn Kiel sich clever anstellt, gewinne das Ding 2 zu 0. Einfach mal eiskalt 2 zu 0. Ich wollte erst 3 zu 0 sagen, aber übertreiben wollen wir es dann am Ende auch nicht. Die Kieler, den drücke ich die Daumen, dass Sandhausen da ein bisschen weiter unten bleibt und nicht an uns herankommt. Muss man hier so ehrlich sein. Ein weiterer Klub, bei dem es so gar nicht läuft, ist der SSV Jan Regensburg. Sie halten allerdings noch an ihrem Trainer fest. Mal gucken, wie lange noch Düsseldorf wartet. Die haben 3 zu 1 souverän gewonnen gegen Braunschweig zu Hause. Ist Düsseldorf aber immer noch mal ein bisschen stärker. Ich sehe Regensburg nicht chancenlos. Glaube aber trotzdem, dass es einen knappen Sieg für die Düsseldorfer geben wird. 2 zu 1 sage ich hier mal. Das Topspiel am Samstagabend lautet Heidenheim gegen Darmstadt 98. Platz 3 gegen 1. Darmstadt richtig gut zurückgekommen gegen den HSV. Hat mich verwundert. Trotz Verletzungspech sind die wirklich, wow, auf jeder Position extrem gut besetzt. Die Heidenheimer allerdings sehr, sehr heimstark. Und ich glaube auch, was das Head-to-Head-Verhältnis gegen Darmstadt betrifft, sind die Heidenheimer oder haben die Heidenheimer die Nase vorn. Hm, ja, also was sage ich jetzt am besten? Irgendwie geht meine Richtung trotzdem nach Darmstadt und glaube an ein torreiches 2 zu 3. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es hier auch eine Punkteteilung gibt, eine Unentschieden. Es bleibt weiter interessant, Greuther Fürth muss ran gegen Hannover 96. Die haben ja wirklich eine richtige Krise gerade am Start. Aus 5 Spielen nur einen einzigen Punkt geholt. Für mich war das am Anfang eigentlich so eine Mannschaft, die Ausstiegspotenzial hatte. Das haben sie jetzt allerdings, ja, ein bisschen aufgebraucht. Und es geht so langsam Richtung Tabellenmittelfeld. Für die Fürther ist es auch immer mal wieder, ja, mal hopp, mal top, mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Aber vor allem zu Hause sind sie sehr, sehr stark. Ich glaube, seit 8 Spielen ungeschlagen. Und genau aus diesem Grund tendiere ich eher zu Greuther Fürth. Aber ihr wisst es, immer das Gegenteil passiert bei Fürth. Setze ich auf Fürth, verlieren sie. Setze ich gegen Fürth, gewinnen sie. Heute setze ich mal wieder auf Greuther Fürth. Und das könnte gut sein für die Hannoveraner. Also 1 zu 0. Mein Tipp, 1 zu 0 Heimsieg. Vorletztes Spiel für heute. Und ich würde sagen, das kann man schon als 6-Punkte-Spiel ansehen. Eintracht Braunschweig gegen Arminia Bielefeld. Für beide Mannschaften wäre hier ein Sieg extrem wichtig. Nur wer schafft es davon? Mein Gefühl geht eher Richtung Braunschweig. Die Bielefelder tun sich extrem schwer. Ein bisschen ähnlich wie bei uns. Braunschweig hat jetzt 3-1 verloren gegen Düsseldorf. Aber das ist halt auch ein starker Gegner gewesen. Haben zu Hause unter anderem auch Heidenheim geschlagen. Ich glaube trotzdem irgendwie, dass Bielefeld ein bisschen aufwacht. Mehr als ein 1 zu 1 sehe ich dennoch nicht bei den Bielefeldern. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass Braunschweig das Ding sogar zieht. Wir sind angelangt bei unserem FC Hansa und müssen ran gegen den KSC. Die in der Rückrundentabelle auf Platz 6 stehen. 3 Siege in Folge. Bei uns läuft es überhaupt nicht. Ein einziges Tor geschossen. Ein Sieg aus 5 Spielen. 4 Niederlagen. Das war das 1 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Also schon wirklich extrem schwache Offensive. Das was man eigentlich im Winter verbessern wollte, auch mit neuem Trainer, sieht man nicht wirklich. Viele wünschen sich Hertel zurück. Das wird wohl nicht mehr passieren. Meine Meinung kennt ihr ja, als der Trainerwechsel stattgefunden hat und so weiter. Eins muss jetzt hier gesagt werden. Sollten wir hier verlieren, dann brennt die Hütte. Aber sowas von. Also Punkten müssen wir auf jeden Fall gegen den KSC. Der KSC ist extrem gut drauf. Aber die Gegner, die sie besiegt haben, waren jetzt alles Teams, die da unten drin standen. Zuletzt Sandhausen, Regensburg. Dann haben sie, glaube ich, unentschieden gegen Magdeburg gespielt. Und okay, gegen Kreuter Fürth haben sie gewonnen. Aber gegen Regensburg, Sandhausen, ja, da sollten wir eigentlich auch gewinnen. Trotzdem werden sie das nötige Selbstvertrauen mitbringen. Haben ja auch eine Freundschaft mit Hertha BSC. Ich hoffe, das Ganze bleibt friedlich im Stadion. Könnte aber, so wie letzte Woche, natürlich auch nicht der Fall sein. Aber da will ich gar nicht mehr krass viel drauf eingehen. Außer zum Spiel gegen Pauli. Muss man sagen, jetzt unter dem neuen Trainer sehe ich schon, dass da das Potenzial drin steckt. Also wie viele Chancen wir hatten. Chancen sind immer da. Ob es gegen Darmstadt der Fall war, jetzt gegen Pauli. So viele Möglichkeiten. Nur ein bisschen ist das Tore schießen verflucht auf unserer Seite. Da ist mal dann das Aluminium-Pech. Dann geht der nicht rein. Dann hast du Rossi, der das Ding eigentlich nur einschieben muss. Es sieht immer vom Spielerischen her gar nicht so schlecht aus. Ansätze sind da. Aber vielleicht wäre mal eine Formationsänderung angebracht. Mal wieder mit Viererkette zu spielen. So wie gegen Bielefeld, wo es dann in der zweiten Hälfte extrem gut geklappt hat. Das würde ich mir wünschen. Und nicht immer diese Fünferkette. Das ist meine persönliche Meinung. John Verhook wird fehlen. Das steht schon mal fest. Fünfte gelbe Karte. Wer da dann vorne reinkommt, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich wieder Pröger, Ingelsson. Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, ist die PK auch noch nicht draußen. Deswegen könnten auch noch Ausfälle dazukommen. Ihr werdet es dann wahrscheinlich morgen sehen. Ja, Tore wären schön. Tore wären schön. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das Ganze vielleicht sogar nach hinten losgehen kann. Ich will heute mal keinen Tipp abgeben. Und frage deshalb meine Freundin, die da hinten steht. Sie soll einfach mal heute sagen, was denkst du, wie wir gegen Karlsruhe spielen. Wir tun uns immer extrem schwer gegen Karlsruhe. Das jetzt hier nochmal vorab. Aber sag einfach mal, was du denkst. Ich sag, es gibt eine Überraschung und die gewinnen 2-0. 2-0? Wer soll die zwei Tore schießen? Keine Ahnung. Ja, da merkt ihr. Meine Freundin. Okay. Und die auf deinem Bild. Ja, einer davon spielt nicht. Aber okay. Und der andere ist Innenverteidiger. Aber wäre schön. Kann ja ein Standard sein. Okay. Wenn sie 2-0 sagt, dann trage ich das ein. Ich würde es natürlich sofort unterschreiben. Aber sehe da, wie wir zwei Tore schießen sollen, sehe ich da irgendwie ein bisschen kritisch. Zwei Tore in unserem Ostseestadion. Letzter Heimsieg gegen Magdeburg am 9. Spieltag. Es wäre schön. Deswegen haben wir jetzt einfach mal eine außenstehende Person gefragt. Wie seht ihr das Ganze? Einfach mal alles gerne reinballern. Mal wieder ein bisschen die Tormusik hören. Wir wissen alle nicht mehr, wie sie geht. Die Tabelle würde wie folgt mit meinen Tipps aussehen. Darmstadt auf 1. Die sind schon gefühlt durch. 52 Punkte. Der ASV auf 2. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber auf Platz 3 könnte es nochmal spannend werden. Mit Heidenheim, Paderborn, Kaiserslautern und unten drin hätten wir dann einmal auf 16 Arminia Bielefeld. Auf 17 Regensburg und 18 Sandhausen. Die Mannschaften, die da noch nicht so wirklich rauskommen. Wir auf dem stabilen 12. Platz. Vielleicht sieht man sich ja im Ostseestadion und dann mit einem Heimsieg. Es wäre extrem wichtig und so langsam müssen die Jungs sich straffen. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für jeden Daumen nach oben und dann wünsche ich euch ein schönes, entspanntes Wochenende. Erholt euch gut und vielleicht sehen wir ja tatsächlich mal wieder einen Heimsieg mit ein paar Toren. Also bleibt stabil, haut rein und bis zum nächsten Mal.